So Leute, ich reagiere jetzt einfach mal auf das Video Mashman Laser gönnt sich eine geile Habanero Da gibt es wieder mal ein So eine Art Remix Und los geht's Ich lasse am Anfang mal kurz das Ich will von RAM stellen weg Damit das nicht Probleme gibt Heute habe ich hier Ja genau, Daumen hoch Aus dem Netto Und zwar werde ich heute die Netto 2.0 machen Alter als ob Was Ja sicher Ich habe es übrigens schon gesehen Ich tue es jetzt bloß noch mal Kommentieren Ja was Wie viele Schnitte sind da drin Ich habe vergessen wie sich scharfes Zeug anfühlt Ja auf diese Videos werde ich natürlich heute noch angesprochen So ich habe die zweite Schote aufgeschnitten Und ich glaube es ist einfach dieselbe Es ist wieder diese Jalapeno Also wenn es die Fresno wäre, da wären die Fresno, wäre die bloß 2500, 1000, 1000 bis 10.000 Skowiel und die hatte 10 bis 8. Nimmt sich nicht viel, aber ich muss eine Pause machen. Was soll ich dazu noch sagen? Ja, ja. Ja. Je nachdem könnte das so 30, 50 Skowiel oder vielleicht auch nur ein paar Tausend haben, aber das werde ich gleich sehen. Hier sind die überste Schnitte drin auf jeden Fall. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Nein! Nein! Die Frisur war auch irgendwie übelst komisch damals, aber na gut. Nee. Was ist heute los? Und dann geht es weiter mit der riesengroßen Habanero. So, die Habanero ist aufgeknitten. Also hier hat die jemand auf jeden Fall Langeweile. Wegen dem Video von vor zwei Jahren. Das waren schlimme Schmerzen. Oh fuck. Ja. Sehr gut. Also sehr passend reingeschnitten. Die alte Szene, ja. Jetzt ist das schon so viele Jahre her. Na gut. Okay. Ja, ich erinnere mich. So schmeckt Habanero. Na toll. Ja, aber fruchtig ist es. Uiuiuiuiuiui. Ja, das war ich ekelhaft an den Schmack, Mann. Nein! 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 Jetzt kann man doch mal lachen, aber das war nicht zum Lachen. Nein! 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 Ja, das war's. Ja, genau. Daumen hoch. Wenn euch das Video... Ihr wisst schon, dass es was mit dem Video... Ciao